So, ich habe an meinem Bild noch ein wenig weiter gemacht, wie ihr seht. Jetzt ist es vorläufig erst mal fertig und muss trocknen. Ich habe noch ein paar Linien hineingebracht, noch ein paar Dunkelheiten, ein wenig mit Indigo nachgearbeitet. Ja, ich lasse es jetzt mal trocknen. So ganz 100 Puten zufrieden bin ich noch nicht. Aber die Trocknung Phasen einzuhalten ist ja auch wichtig. Also viel Spaß, macht weiter, bis bald.